Esst ihr gern Mousse au Chocolat? Sucht eine gesündere oder vegane Variante? Dann habe ich etwas für euch! Das Gute an diesem Dessert ist, dass ihr nur wenige Zutaten braucht und dass es entkürzender hergezaubert ist. Wir brauchen Avocado, Nüsse, Trockenfrüchte und Kakao. Das ist lecker! Und das riecht so zimtig, ne? Ich finde, das ist eine super leckere Alternative zu dem Mousse au Chocolat. Probiert es aus und schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr Spaß an diesem Video hattet, dann lasst mir ein Däumchen oben. Und wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Ideen von mir haben wollt, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!